Ich hab gar keinen Bock, ey. Die Ferien gingen viel zu schnell vorbei. So ätzend. Selina, du bist total negativ. Also ich freue mich ja, meinen Tag zu strukturieren und meine Ziele umzusetzen. Was ist denn mit dir passiert? Willst du auch einen? Ich hab noch mehr Energydrinks. Nee, lass mal. Das ist pures Gift. Also ich stehe jeden Morgen um 5 Uhr auf und mach erstmal Yoga. Glaub mir, das gibt dir richtig Clean Girl Energy. Okay. Ich hab ne Idee. Gehen wir heute mal Bumble Tea trinken und ins Kino? Geht nicht. Ich muss erstmal jeden Abend Sport machen, in mein Tagebuch reinschreiben, meine Skincare-Routine, dann früh schlafen gehen. Außerdem ist Bumble Tea voll ungesund. Na toll, dann brauch ich dich auch gar nicht zu fragen, ob du mitkommst am Freitag zu Justins Poolparty. Oder? Weißt du was? Scheiß drauf. Ich hab keinen Bock, mal That Girl zu sein. Gib mir den Energydrink. Ich bin total müde. Nie wieder mehr stehe ich um 5 Uhr auf. That Girl? Richtig lame. Was ist das? Das passt gar nicht zu mir. That's my girl.